Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Jungs machen. Ich will Fegelein ziehen. Verpackt. Wenn er sich ohne Befehle entfährt, hat er die Verfahren flucht. Verrat. Bringen Sie mir Fegelein. 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 Bringen Sie mir Fegelein. Heute bin ich nur angekommen. Sage, bin ich zu spät. Und die eigentliche Szene oder was, was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren. Oder ich in den nächsten Szenen, die ich habe. So sehr ich heute den ersten Drehtag habe. Jaaa! 1. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7.